herzlich willkommen zu einer weiteren folge skin gameplays ja der astro assassin so wenn wir uns gleich mal ein gameplay von reinziehen lassen wir es doch einfach mal laufen ja wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann drückt wir auf abonnieren direkt daneben auf das glöckchen auf aktivieren dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne ein leichter lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video neun die glock ok da stand jetzt eine einfach um und da war auch schon wieder tot hinten auch der rucksack video neun die glockst�ke aus der Skin. Fällt mir sehr gut. Da läuft ein Busch. Mhm, nice. Mhm. Da steht einer einfach nur. Okay. Vor allem was ich krass finde, dass der andere überhaupt nicht reagiert hat. Der hat nicht reagiert. Er sieht, dass vor ihm der andere abgeschossen wird und er reagiert einfach gar nicht. Krass. Das ist krass. Also muss man sagen, teilweise ganz schöne Bots hier momentan im Spiel. Okay. Aus der Luft geholt. Ja. Da ist der Dino geflogen. Da sind die neuen Fallen. Mhm. Und den nächsten Kill. Junge, das war doch ich. Ja. Ja. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Vorne als Skin Gameplay ist mit mir immer gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.